Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Mega-Feinde-Button-Battle mit der Eilina... Hallo! ...und dem Benson. Moin! Moin! Und zwar haben wir diesmal wieder drei unterschiedliche Teams. Nämlich der als erstes die meisten Knöpfe diesmal auf dieser wunderschönen Map findet. Oh, Phil, guck mal, der ist doch wieder so frisör hier, der Gude. Das stimmt. Aber lass mich kurz erklären. Wir haben nämlich unterschiedliche Knopftexturen. Das heißt, diesmal kann es sogar ein TNT-Knopf sein, wieder ein Lucky Blocks-Knopf, alles Mögliche. Das sind nämlich die unterschiedlichen Teams dazu. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Gerne jetzt mal alle liken und gerne auch alle abonnieren, Leute. Oh, ja. Deshalb, Level 1. Oh, da oben. Da meint ihr... Was? Du darfst aber nichts... Oh, da unten. Hey Mann, so besser jetzt, weil du eine Federmaus bist. Ja. Bin sau schlecht in sowas. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich so Rentneraugen hab. Ja, ich bin auch nie... Also, jetzt müssen wir hier suchen. Wo könnte der Knopf hier sein? Oh, ich dachte, es ist safe, dass ich ihn hab, weil das so ganz auffällig aussieht, aber... Ich glaube mal, meine Vermutung ist ein Wollknopf, ein weißer. Aber ich will noch nicht zu viel sagen. Ich dachte, im Wasser. Wasser. Nein, Wasser geht ja gar nicht, ne? Doch, theoretisch könntest du da auch einen Knopf geben. Ey, und ihr seid nicht im Team, ne? Nee. Nee, 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 nee. Warum schwimme ich denn? Oh, wie das aussieht. Das ist echt manchmal nervig. Hey, da in den hast du irgendwo reingeschwommen. Oh. Was? Oh, ich hab einen. Na, schon wieder da drin war der. Wie sah der aus? Warte, ich will ihn mir noch anschauen. Ich komm hier nicht rein, Alter. Ja, ich auch, warte. Bin drin. Hä? Da hinten. Ja, ist gerade keiner. Wow, der ist weggegangen. Ach so, das war... Ich bin nicht weggegangen, ihr seid so blind. Nein, wo... Ach, da vorne. Oh mein Gott. Ich hätte den nicht mal gesehen, wenn ich da reingegangen wäre. Ich kann Elila keine Punkte leider geben, also wir müssen uns die merken. Ja, da steht es leider 0-0. Tja. So, wir müssen ins nächste Level, Level 3. Oh, Elila hat zwei Punkte. Deine Heimat. Ich muss da... Ich muss da... Also, Phil hat ja auch noch 0. Deswegen ist alles kein Problem. Ja, aber ich weiß nicht, wo könnten hier denn... Ja, das würde der selten Stein abzusammeln. Wo könnten da die Knöpfe sein? Ja. Ich glaube, es wurden alle Texturen verändert, außer... Oh, habe ich was? Außer einer vielleicht. Habe ich direkt was? Ich klicke mal random rein. Hinterkissen oder so, maybe? Ja, da bin ich sogar gerade. Nee, da ist nichts. Ich darf mich nicht so lange hier aufhalten. Wo bist du? Ben läuft schon oben rum. Ja, ich bin direkt hochgelaufen. Ja, ich merke es. Alter, hier... Also, das Gefängnis ist ja riesig. Leute. Es gab eine Kiste, die offen war, ja. Aber ich habe nichts gesehen bisher. Oh, das ist anders hier. Hör auf. Ich will den als erstes. Das ist doch nicht ohne Grund so gebaut. Hm. Seid ihr auch gerade bei einer Kiste, wo unten zwei Blöcke fehlen? Ach, das ist bei dir auch. Bei dir auch? Hier oben auch. Bei mir auch. Oh, wir kommen schon näher. Aber ich habe hier auch nichts gefunden. Sicher? Lass mich da auch mal nachschauen. Ja, ja, hier auch. Oh, oh. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Und zwar da oben. Hast du ihn gesehen? Oh mein Gott. Das war richtig heftig. Oh mein Gott. Aber so, weißt du, wir haben uns so auf die Räume konzentriert die ganze Zeit. Ein Punkt geht an mich. Zwei zu eins. Und Ben hat null. Ab ins nächste Level. Genau. Level vier. Jawohl. Ja, warum bringt mir nichts? Das bringt, das bringt dir ordentlich was. Weil Labyrinth, das ist nicht meins. Und. Labyrinth. Labyrinth. Der könnte halt an der Decke sein. Oder Sandknopf. Ich glaube, ein Steinknopf ist er nicht nochmal. Also der war auch gut getan, der letzte. Und ich habe ihn. Hier ist er. Aha. Die Ben mich einfach nur anschaut. Ich bin doch überall durchgelaufen jetzt schon. Gefühlt. Anlassweise ist es übelst groß los. Meinst du? Also ich kann mir echt nicht vorstellen, wo ist er jetzt noch? Er muss. Ich glaube, er ist echt auf dem Boden. Habe ich so das Gefühl. Ich habe 50-50 gewählt und ich gucke jetzt an die Decke. Weil ich habe nie so auf den Boden geschaut. Die andere Hälfte, Leute. Wir haben hier eine Stunde gesucht. Die ist abgeschnitten. Hier wäre noch der Knopf. Ja, Elina, ich baue dich frei. Nice. Ja, also das Labyrinth wäre so groß, aber es wird leider abgeschnitten. Mensch. Und da wäre der Knopf. Den hätten wir sowas von gefunden. Oh. Ah, hier ist ein Hotel. Level 5. Also es steht immer noch 2, 1, 0. Ab in der Speisesaal. Speisesaal. Hersteck 0. Okay, dann gehe ich in einen anderen Raum. Was? Hier ist ein Knopf. Stopp. Nein. Ja, aber das war da nicht. Ah, hier unten. Da. Nee. Komm, Speisesaal enttäuschend. Ich meine, du. Ey, ich habe 0. Ja, du musst jetzt echt hier mal... Da nicht. Boah, in einem dunklen Raum. Was ist ein dunkler Knopf? Das habe ich jetzt als Tipp gegeben. Aber da suche ich nämlich nicht, weil mein Kontrast ist viel zu heftig eingestellt. Den sehe ich leider nicht. Mein Monitor ist auch dreckig, ey. Was? Nur deswegen findest du den Block. Ja. Man weiß halt, bei normalen Knöpfen weiß man, okay, das gibt die und die Texturen. Ah, hier rein. Nee. Aber sonst... Oh, ich dachte, ich habe es. Oh. Aber ich dachte, 200 die Kuh. Was? Guck mal, er hat es hinter die Tür gemacht. Ja. Ah, ja, das habe ich auch schon probiert. Ja, da ist er nicht der Erste, der... Aber da ist er nicht. ...drauf gekommen ist. Oh, ich habe noch hier was gefunden. Hier ist es safe drin. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Ja, dass ich das noch nicht mal am Anfang gefunden habe, man muss auf alles achten. Hier. Ja, ich habe noch was. Hast du? Nein, dachtest du, es wird so einfach, steht auf dem Schild. Ist sie hier irgendwo drin? Das ist in dem Raum. Hier bist du da hingekommen. Hier, durch das Gemälde. Hier, er hat es doch probiert wollen. Das habe ich nicht probiert. Oha. Ladies first. Schon mal davon was gehört? Schon mal aus einem Wettbewerb gehört? Ich will einen Punkt. Schon mal... Das ist trotzdem in dem Song. Oh. Oh nein, stimmt. Das könnte aber wirklich das Ding sein. Was? Nee. Das ist ja gut. Wir können ja da nicht weiter. Wie kann so ein kleiner Raum so heftig sein? Ha! Was? Nein. Wo? Happy! Wie? Hey, mit diesem Schwimmen? Nein, wie? Wie bist du da reingekommen, Elina? Du musst den mit der Falltür dich kleiner machen, sodass er reingekommen hat. Mein Gott! Was? Hier ist zwar ein Knopf, aber der macht nichts. Das ist der 100 Pro. Ach, eigentlich habe ich ihn jetzt gefunden. Stand vorher? Nein, ey, geht doch weiter weg. Ich will den Knopf sehen. So, das ist die Textur. No. Okay, das ist der Knopf. Kriege ich jetzt einen halben? Nein! Ich habe ihn noch gefunden. Nein. Ich habe den Raum überhaupt gefunden. Du hättest niemals den Raum gefunden. Ich glaube... Hm, ich denke mal, ist der Punkt, Leute. Ihr könnt es auch gerne mal reinschreiben, an wen geht der Punkt. Aber ich glaube mal an Elina. Nee, die ganzen will ich gar nicht. Aber du hast ein Viertel. Dann gib mir ein Viertel. Gib mir ein Viertel. Wir gehen in die Höhle, Level 6. Ah, scheiße. Oh! Und... Halt mir! Viertel Punkt bekommen. Ja, gib mir doch mal bei Viertel Punkt. Jetzt darf ich mir vertreten. Oh, Mann, Leute. Was ist das hier mit den zwei? Also, das ist wie in der Schule, ne? Das ist wie in der Schule hier. Dann suchen wir mal den Punkt. Irgendwann, die immer noch in dem Spawnraum sind. Ja, Ben, wie geht's so hoch? Wie geht's so hoch? Ja, das ist halt bitter. Hättest du besser in der Schule aufgepasst. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Block ist. Und zwar, ich kann es euch sagen, Steigenknopf. Steigen. Ja. Was anderes gibt's ja auch. Na doch, eigentlich schon. Zieh irgendwas. Ach, komm, Alter. Nina, hast du was entdeckt, was du mir nicht sagen willst? Nein, ich hab nur gebrannt und wollte warten, bis ich fertig bin. Ich schaff das jetzt, ne? Hey, das ist so... Man muss schon aufhören zu siegen, ne? Oder? Ich glaube, ja. Ha! Jawoll! Okay, ich glaub mal, jetzt sind wir bei allen. Der Punkt ist hier irgendwo. Aber am Rand der Lava. Hab ich so's Gefühl. Da würde ich's am ehesten verstecken. Aber wo? Oh, der ist halt so schwer wieder, wie der andere. Oh, sind hier beide. Das ist halt so ein wichtiger Punkt. Ja. Den, den... Oh, komm, Ben. Ah, hier ist ein unsichtbarer Gang. Oh, oh, da ist er safe. Jawoll. Oh, nein. Oh, shit. Den Sprung hab ich nicht geschafft. Ja. Und? Ist er hier? Ich glaub, ja, hier ist ne Höhle. Ich hab ihn. Ihr könnt's sehen, an der Fledermaus, da drin ist er. Ja. Boah, aber das war richtig unauffällig. Hast du da probiert rein? Ja, nee. Ich dachte mir, ich schaff das nicht. Ich hol mir den Punkt ab. Beziehungsweise hab ich ihn natürlich schon. Da oben war der Level 7. Der Wald. Oh, oh. Ich glaub, das ist da so ne Tiger. Ein Tigerknopf. Den hatte ich schon mal. Tiger Woods Knopf. Ja. Ja. Der soll's sein. Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Echt? Ja, aber ich drück ihn noch nicht. Nein, genau. Genau. Alter, was ist das für ein cooler Baum hier? Der kommt ja richtig schön entspannt hoch. Vielleicht ist er wieder, vielleicht ist er wieder in der Baumkrone, aber ich glaub, diesmal sieht man keine Command-Blocks da irgendwie durch. Ich will wenigstens einen... Ich hab ihn, Elina. Ach, gebrochen. Da oben. Er war's. Gebrochen. Da bist du dran vorbei. Das war so ein Knopf. Nice. Und da geht wieder der Punkt. Also diesmal hab ich jetzt auch schon... Oh, nee. Das ist immer schwer. Oh, TNT. Nice, Leute. Es gibt einen TNT-Knopf oder irgendwas. Eine Druckplatte kann es sein, Hebel, alles. Aber ich glaub, es ist ein Knopf. Hab ihn, ich hab ihn. Was? Oh mein Gott. Wo, Ben? Hör auf. Oh mein Gott. Da unten, Instant. Ja, hier. Oh, Leute, Leute. Oh, das war heftig. Dr. TNT. Ja, TNT. Und es kann ins nächste Level gehen. Oh, Level 9. Alles egal, ich hab 1,12 Punkte. Einen, einzigen. Ja, einen einzigen Punkt. Also zusammengefasst, Elina hat vier, ich hab drei und Ben hat einen. Oder 0,75 als Abzug. Hä? Ich werd ihn auch als erstes finden. Aber wenn ich ihn finden würde, würde ich ihn einfach Filz sagen, damit Elina nicht gewinnen. Oh. Da gehen wir diese 0,25 nicht gewinnen wollen. Weil du auch nichts dafür geleistet hast. Das stimmt. Ben. Das stimmt. Ben ist natürlich im Suchen jetzt nicht der Boss, ne? Hey, ich hab... Hey. Machst du da wieder ein geheimes Jump'n'Run oder was? Eh. Wovon ich nichts mitbekomme. Oh. Ah, da kommt Ben auch direkt dazu. Jeder will was verkupen. Ich hab jetzt so angesprüft. Hier, da macht er direkt das Jump'n'Run. Geht's jetzt so weiter? Nee, hier geht's gar nicht hoch. Oder ist er da drin? Ja. Ist das jetzt auch krass, wer? Oh. An der Decke? Ja, ja. Ein Glowstone-Knopf an der Decke. Ja. Das hab ich grad nachgedacht. Das wär sogar echt machbar. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich muss ihn nur noch drücken. War der Safe da? Ich glaube. Hab ich mich vorhin verschaut? Ja, ich glaub, ich hab mich verschaut. Ich hab ihn. Hör auf damit. Der Net... Vor allem, das war noch nicht mal ein Aufweger. Der war auffällig da drin. Elina, schau ihn dir an. Oh, finished. Nein, ich hab's letzter gewonnen. Haben wir mal zwei gekonnt. Na. Das war so random. Elina hat auf jeden Fall mit Abstand... Ja, nee, nee. Ich hab mit Abstand gewonnen. Ich war Zweiter. Und Ben hat aber mit Abstand verloren. Oh, nein. Nein, mehr als ich. Nee, zwei. Ja, stimmt, 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 stimmt. Also, es war ein ausgeglichenes Battle, Leute. Falls ihr mehr von solchen coolen Find-Button-Maps und anderen Battles sehen wollt, jetzt mal gerne alle liken. Aktiviert die Glocke. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Danke an Ben und Elina. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Und tschau. Ciao.